Apropos, an alle Studentinnen, die noch ein Schlaflatt, eine Wohnung oder ein Zimmer suchen, kommt einfach vorbei, meine Tür steht immer offen, da braucht ihr auch gar nichts für bezahlen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und an alle Studenten, bringt eure Puppen gefälligst selber mit, also, nevermind, destroyer, goodbye, take care of yourself, guys. Yeah.